Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ecos of Wisdom. Wir sind in einem neuen Raum. Wir müssen hier wahrscheinlich ein paar Sachen anzünden. Problem ist nur, dass da was unter Wasser ist. Wie soll ich das anzünden? Wenn es nicht geht. Ich muss irgendwie Wasser ablassen. Wie geht das? Ich darf nicht nach unten schwimmen. Schade. Kann ich irgendwo was... Nee. Warte. Irgendwie hier noch was machen muss? Ich will irgendwie was weg springen, aber hier ist nichts. Sprengen. Probieren wir es einfach. Hier ist mein Steinchen. Oh. Das sind vier. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ich machen muss. Ich kann da nichts weg springen. Am Boden. Ähm. Ja. Dann. Keine Ahnung. Ich will nur was anderes machen müssen. Ich kann hier irgendwas machen. Ich kann hier irgendwas machen. So, oben sehe ich auch nichts. Jetzt suche ich mir gerade noch einen Geingang oder irgendwas. Das ist ja auch auffällig, aber... Das sieht einfach nichts. Schade. Keine Ahnung. Geh mal hier rein, vielleicht hilft uns das. Ah! Und ehrlich. Ah, eine Karte. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Die zeigt dir die Übersicht des Dungeons und die Welt des Nichts. Das war schon mal ein guter Anfang. Ähm, Karte. So, wir können jetzt weitergehen. Irgendwie untenrum oder so. Hier oben landen. Hier sind wir nicht weitergekommen, um in den Raum zu kommen. Weil hier noch Wasser ist. Okay, machen wir erstmal. Ah, okay. Gehen wir weiter. Hey. Guten Tag. und hier oben. Und hier oben. Ah, der freut mich ja. Kann wegen, gut so. Oh, jetzt haben wir. Au. Oh, oh, oh. Was? Da war ich, da war ich. Da war ich. wo macht der Schaden was zum Enkler was zum Enkler nein schon noch nicht dran vorbei du blöd mann hä du hast meine eigenen Sachen kaputt bist du doof die sinken wieder zu boden warum die sind stark hin hin da ist euer Feind jawohl ja auf dem fertig endlich wow merken der scheint stark zu sein äh Momfisch nehmen wir die nochmal Momfisch hier schade boah nehmen wir den Albatross hier und das ah danke so da haben wir noch das nächste Opfer so das hat angefangen so musst du uns auch gewinnen oder jawoll schön Fisch haben so 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 dann können wir jetzt den Albatross machen so jetzt gehen wir abwechseln super so ja für die Führer noch was finde ich gar nicht so wir haben doch noch unsere gierigen warte jawoll jawoll so was haben wir noch hier nach oben können wir hin da unten bräuchte ich eine Bombe auch komm so willkommen probine okay nicht das was ich wollte aber gut wir können hier noch weiter das auch wo jetzt man hat nicht ja nicht das So, was habe ich jetzt hier? Gar nichts? Okay. Ich kann hier vielleicht eine Bombe hinlegen. Kann ich schon, bringt mir nichts. Dann gehen wir hier lang. Ich muss ja selbst laufen. Ich dachte die Doktor quasi an. So, dann glaube ich habe ich hier alles. Ah, kein Problem. Hier. Gut. 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 Sehr schön. So, vielleicht kamen wir. Dann gehen wir links weiter. roter schalter so was passiert jetzt ich wollte das fast mal ablassen und nicht hoch machen jetzt geht es hier runter ach bis zur roten Linie geht es jetzt hoch oder wie oder nicht ich habe keine Ahnung ich glaube das sollte weg ja jetzt gehen wir ein bisschen hoch und runter ok ich weiß nicht ob ich den aktivieren möchte wir gucken erstmal was hier passiert wenn das nicht geht dann ja dann muss ich wirklich nochmal zurück und den schalter aktivieren wisst ihr was hier schön wenn wir ein eigenes Hai haben ich weiß nicht ich weiß nicht Sorry. Direkt reingespawnen lassen. So, zack, wie er für dich. Versuchst du mir hinterher, aber ich verzeihe. So. Oh nein, ich will hoch. Will ich da nicht reinlaufen? So. Passiert jetzt hier irgendwas? Echt umsonst gemacht hier. Probieren wir es halt nochmal. Diesmal mit dem anderen. Mit aktivieren. So. Und das ganze nochmal. Diesmal mit warten. So wichtig ist jetzt. Weiß ja nicht. Vielleicht pulsiert das jetzt mehr und hat dann auch darauf Einfluss. Keine Ahnung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, jetzt ist hier was passiert. Also. Irgendwo Wasser unter tropfen oder sowas. Von oben rein muss. Auch nicht. Ich habe Bomben, aber ich denke, die werden nichts bringen. Ups. Ach, weißt ja. So, muss ich das vielleicht aktivieren, damit das abläuft und dann kann ich irgendeinen benutzen oder so. Keine Ahnung. Also, ich will ja den Wir haben eine Karte, so ist der Eingang, da sind wir da lang gelaufen, sind auch hier angekommen. Der hat uns hier dann gebracht, also wir hier durch und wir kommen nicht weiter. Toll. Da sind wir reingekommen über die Treppe. Die Treppe nicht? Doch, die Treppe habe ich benutzt um hier hinzukommen, haben wir den Schalter aktiviert, sind hier runter gesprungen. Und jetzt komme ich wohin? Keine Ahnung, wo muss ich jetzt lang? Wenn hier das nicht abläuft, wo muss ich lang? Oh. Oh. ... ... ... ... ... ... Bleiben die hier unten. Ach, die werden jetzt mit aufgestoßen. Okay. Schade. Kann ich vielleicht ein bisschen shooten? Warte, warte, kann ich ja doch. So. So. Let's go. Aha. War zu langsam. Na acht. Komm. Okay. Nochmal. Ist mal richtig. So. Lauf, lauf, lauf. Danke. So. Der Game Changer dieses Ding. Ganze. Hops. Gelassen. Ich habe hier auch eine Tür. Gehen wir erstmal hier rein. Jetzt haben wir schon mal hier sind. Au. Oh. Oh, viel Spaß. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal. So. Okay. So. Jetzt muss ich aber eben wieder rüber. Gehen wir mit Betten hier abkürzen wollen. Ah. Gehen wir mal hier hin. Aha. Wo ist der oben eigentlich hin? Wo ist der oben? Gehen wir weiter? Kann ich da hin weiter? Kann ich da hin weiter? Nö. Okay. Gehen wir erstmal. Gelangen. Gucken mal. Ja. Warum muss ich weiter? Kann ich hier aktivieren? Ja. So. Jetzt der oben auch einer. Okay 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 Ah, okay, dann feuerfrei. Dann mal das Bett. Und warten wir kurz. So, ist schon aktiv. So, was fehlt noch? So, was ist schon aktiv? So, was ist schon aktiv? So, dann machen wir erstmal Schluss Leute, wir haben hier alles easy erledigt. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte, wir würden hochkommen. Irgendwie. So, wir würden hier rauskommen, dann hier irgendwie landen und... Oh, keine Ahnung, mal gucken was da ist, ne? Gut, dann machen wir Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.